Vamanasana ist die Stellung des Zwerges. Vamanasana ist eine Inkarnation von Vishnu, er eben besonders klein war. Und Vamanasana ist eine Stellung in Ehrerbietung von Vishnu. Aus der Sitzhaltung heraus gibst du einen Fuß zum halben Lotus und du gibst dann das Knie auf den Boden und du gibst die Zehenspitzen des anderen Fußes auf den Boden und spreizt das Knie nach außen. Du gibst die Hände vom Brustkorb zusammen. Die Stellung ist ein fortgeschrittenes Gleichgewichtsasana, welche hohe Anforderungen an Gleichgewicht stellt und natürlich auch Gleichgewicht entwickelt. Vamanasana als eine der Avatare-Inkarnationen von Vishnu steht dafür, dass du auch im Kleinen Großes bewirken kannst. Und manchmal ist es gut, sich klein zu machen, wie ein kleiner Zwerg und demütig zu sein. Und manchmal ist es gut, scheinbar klein zu sein und von dort Großes zu bewirken.